Oh. Scheißwetter. Yippie. Oh, da vorne ist wieder ein Hinweis. Schauen wir gleich mal. Was ist das denn? Nee, warte mal. Ich will erst mal gucken, was hier steht. Du kennst... Ja, gut. Handeln. Was kann ich denn handeln? Das hier? Nee. Ach so, da will diese Glötze da. Okay. Die da. 50. Boah. Nö. Oh, Entschuldigung. Boah, guck mal auf den Boden. Die Spiegelung. Ey, ohne Spaß. Das sind bessere Wassereffekte als bei vielen anderen Games, die ich hab. Wie krass einfach nur. Komm, wir bespielen mal kurz den hier. So. Hat der irgendwas? Der hat den Stock und... Nagelrote. Echt jetzt. Oh. Hallo. Na. Alles fit. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich hoffe, die Spur hier ist richtig. Boah. Hey. Komm ich denn da rüber? Ach, verdammt. War cool, dass man irgendwie... ...unendlich Leben hat, oder? Boah, lauf doch da runter. Bist du doof. So, kann man damit irgendwie rüber? Nee. Können wir Take-Team machen? Was kann der denn mit B eigentlich? Okay. Komm, wir machen mal so Kumpel-Aktionen. Nee. Komm ich denn da rüber? Ja. Hallo? Hallo? Leute? Wie komm ich denn da rüber? Oh mein Gott. Ach, dafür brauchen wir wahrscheinlich erst ein Boot. Wahrscheinlich braucht es halt auf keinen Zürich. Wahrscheinlich muss ich wo ganz anders hin. Und gar nicht zu dem Typ. Das ist ja... Ich wollte ja hier hin zu dem, ne? Ah, ich glaube wir müssen hier hin. Verdammt. Ich bin voll falsch gelaufen, Leute. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Gib dem Flash ein Open-World-Spiel im Lego-Universum. Und er verläuft sich. Gnadelos. Gehen wir mal wieder zurück. Oh komm. Bist du noch was mit hier? Natürlich toll, wenn ich mir einen Zielpunkt irgendwo setze, wo wir vielleicht ein Boot oder irgendwas brauchen, was wir noch gar nicht haben. Aber egal. Ich wollte euch nur ein bisschen was von der Welt zeigen. Das war alles gewollt. Das ist alles gewollt. Ohne Spaß. Was ist das denn? Was steht denn da? Was? Die Vogelmutter aus Stein? Da, da, da. Kinder bewachen? Warte mal. So. Hä? Schieß doch mal. Magie leer oder was? Ach. Keine Ahnung. Na jetzt schießt er. Hm. Komisch. Aber gezielt schießen ist irgendwie zu schwer für den Gandalf. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo. Na. Na was denn? Kommt drauf an. Ach das wird. Ja. Das hab ich. Was krieg ich dafür? Jetzt mal langsam. Wo brennt es? Fleisch. Ach, Essen krieg ich bei dir dafür. Hm. Was bringt mir das? Gesundheit oder was? Klub. Ein Zauberer trifft dann immer ein, wenn er es geplant hat. Ha, ha, ha. Unsere schlaue Sprüche. Ich bin der Gandalf der Graue. Und bald bin ich Gandalf der Weiße. Und zau ich erstmal alles kaputt. Wie war der Spruch? Ein Zauberer trifft immer dann ein, wenn er es beabsichtigt oder sowas. Ja, ja. Der Gandalf und seine coolen Sprüche. Du kommst nicht vorbei. Pfff. Pfff. Mega Explosion. So. Ich hoffe wir sind jetzt gleich richtig. Wo sind denn die Zwerge eigentlich hin? Wir müssen doch hier jetzt da die Reise beginnen. In die unbekannten Weiten von Mittelerde. So, das Fragezeichen ist da oben. Hä, das ist doch mein Haus. Wollt ihr mich veräppeln? Hier. Um. Aha. Wer bist denn du? Die Gäste auf meiner Party waren ein wenig, sagen wir, ausgelassen. Und haben beschlossen aus meinem Bett eine Hüpfburg zu machen. Cool. Zusammen mit all den Honigkuchen, die wir verspeist haben, hieß das Krach-Lebwohl-Bett. Du könntest mir nicht zufälligerweise ein neues bauen, oder? Keine Ahnung. Kann ich das? Hey! Mal auf, drum zu ballern hier. Davon habe ich. Nein! Wir haben das Holz jetzt weggegeben. Nein! Das ist bestimmt nur so eine Nebenquest oder so. Nein! Wir haben das Holz, dem... Ach, verdammt, hätten wir es lieber behalten. Ja, das ist alles schön und gut, aber... Gut zur Hölle. Das ist alles Nebenquests. Ich will doch weiterspielen. Nein! Gandalf der Große? Ich glaube, ich bin Gandalf der Graue. Was? Gandalf der Große? Was? Ich habe einen Wegpunkt gesetzt, der ist aber nicht... Wo ist denn da hin? Mein Wegpunkt. Wo ist denn übrigens diese Speichersteine hier? Muss ich alles nochmal machen. Bumm. Ah, da kommt Material raus. Cool. So, Moment mal. Da will ich hin. Da will ich hin. Nein! So. Klub. Warum ist da keine Route? Dahin. Ach. Finde ich den Weg halt selbst. Warte. Da lang. Warte. 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 Was ist das denn? Äh. Ja. Ach, hier waren wir doch schon. Äh. Leute, 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 Leute. Pff. War das der Typ mit dem Bett hier drin? Ne. Oh, die Tür auf. Ja, das war der. Ich will mich veräppeln. Dann gehen wir mal da lang. Gibt's denn hier Schönes? Hallo, aufmachen bitte. Guten Tag. Ah, guck mal. Nice. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Zack, 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 zack. Und was ist das? Pilzkrone. Mhm. Und das? Stein. Ich glaube, wir müssen hier hin. Um weiter zu spielen. Aber wie komme ich da... Ah, warte mal. Hier ist noch eine Person. Guck mal. Bilbo Alt. Was? Bilbo Alt. Wie kann ich denn zum Bilbo Alt laufen, wenn ich mit Bilbo Jung gerade hier bin? So ein Scherz. Und warum zur Hölle? Wird mir auf der Karte nichts mehr angezeigt. Schild. Sag mir was. Toll. Blub. So. Dann wird mir kein Weg mehr angezeigt. Ist ja doof. Und jetzt? Ich fühle mich gerade voll verloren, Leute. Was ist das denn? Ach, das bin ich. Okay. Wir müssen wahrscheinlich hier hin, ne? Ich gehe jetzt nochmal da hin. Ach so. Wir sind gerade im freien Spiel. Uäh. Echt jetzt? Hobbits sind seltsame Wesen. Äh. Sie sind tapfer und zäh. Lieben aber auch die Bequemlichkeit. Das kennen wir doch schon. Äh. Hallo. Ja. Hä? Ich bin gerade voll verwirrt. Wenn du springst, halt da drücken, um noch höher zu springen. Ja, weiß ich schon. Ich bin jetzt auf Geschichte gegangen, damit es weitergeht. Und da kommt jetzt das Video, was wir eigentlich schon kennen. Was? Wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Äh. Speichern und verlassen. So. So, dass wir das jetzt nochmal angucken hier. Okay. Mhm. Ja, ja. Wie viele blaue Dinger wir da oben schon haben. 171.000, ey. Ja. Okay. Das Abenteuer der Zwerge führte sie weit fort aus dem gemütlichen Auenland. An viele Orte, die kein Hobbit je gesehen hatte. Bilbo musste eine Entscheidung treffen. Mhm. So, das war ja das, wo wir eben waren. Ne? So. Ein unerwartetes Fest. Das haben wir schon gemacht. Hä? Leute, ich bin voll verwirrt. Wie geht denn die Story jetzt weiter? Das ist ja jetzt freies Spiel. Ja, schön und gut. Was mache ich hier jetzt? In dem freien Spiel. Muss irgendwie weitergehen. Da muss ich hin, glaube ich, damit es weitergeht. Alles klar. Mann, 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 Mann. Wie verpeilt, ne? Es ist aber auch verwirrend, wenn man das Blind spielt und zum ersten Mal. So ein Lego-Spiel hier. Mann, ey. Ich sag ja, ich bin zu alt für Lego. Ich bin überfordert. Lauf ja richtig. Ja. Ja. Hey, da ist der Erz. Aua. Verdammt. Den Weg sind wir doch vorhin schon gelaufen. Genau den Weg sind wir vorhin schon gelaufen. Will er mich jetzt veräppeln? Hm. Bin mal gespannt. Ein freies Spiel ist ja schön und gut, um Bonus-Sachen zu sammeln. Oder Münzen. Aber ich will jetzt mal weiterspielen. Will ja sehen, wie die Story weitergeht hier. Also ich kenne es ja schon vom Film, aber wisst, was ich meine. Ach, jetzt regnet es schon wieder. Verdammt. Das ist voll Open World alles irgendwie so. Voll cool gemacht eigentlich. Aber viel zu verwirrend gerade für mich. So. Da lang. Geh lang. Wenn ein Bogen wie... Ich hab keinen Bogen. Die Zwerge sind doch weg. Wenn der Weg unten auf der Karte zeigt, hier lang. Ah, da geht's weiter. Nach einer langen Reise durch das Auenland und noch weiter, trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Ich hab unterzeichnet. Ich hab unterzeichnet. Willkommen, Meister Beutlin. In der Gemeinschaft von Thorin Eichenschiff. Bedient euch. Nein, Halt, Halt, Stopp! Die verbotene Frucht, oh mein Gott. Was? Ich guck nur. Ah, endlich geht's weiter. Wunderbar. Charaktär mit Lego-Stangen. Was? Die... Okay. Ähm. Geht das jetzt? Ja. Hä? Leute. Ah, geht doch. Das ist alles nur um so eine Frucht für das Pferd zu holen, oder was? Yippie, ich baue eine Lego-Leiter. Wunderbar. So. Kadea, Lego-Leiter. Achso. Ja. Ah, ist ja gut. Gut. Was? Halt die Klappe. Junge. Hä? Irgendwie... Keine Ahnung, also... Das ist... Ja, jetzt geht's auf einmal wieder. Das ist irgendwie... Die Steuerung ist aber ein bisschen doof, muss ich sagen gerade. Ich bin eben genauso hochgesprungen die ganze Zeit. Ja, ne Axt. Ich hab keine Axt. Und jetzt? Äh. Nein. Hilfe. So, der kann da jetzt hoch. Wunderbar. Ich baue jetzt sowieso ohne Leiter. So. Äh. Okay. Nun. Ah, ich verstehe. Oh, Mann. Machen wir Platz. Jetzt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Jetzt. Mhm. So. Okay. Und hoch. Jawohl. Sehr gut. Aua. Da ist die Frucht. Da ist die Frucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kriege ich die? Wie kriege ich die? Ah. So und jetzt wieder runter, ne? Hui. Pferdchen, ich komme. Ja, du schlafen hier. Zwischen dem Gold. Guck mal. Hier. Extra für dich habe ich mir den Aufwand hier gemacht. Was? Hilfe? Ist das so witzig. Was war das? Orgs. Dutzende sind da draußen. Haltet ihr das für lustig? Haltet ihr einen Orkangriff bei Nacht für einen Scherz? Wir haben uns nichts dabei gedacht. Ihr wisst nichts von der Welt. Nimm's ihm nicht übel, mein Junge. Thorin hat mehr Grund als die meisten, die Orgs zu hassen. Nachdem der Drache den einsamen Berg an sich gerissen hatte, forderte König Thor das uralte Zwergenreich Moria zurück. Doch unser Feind war bereits dort. Thoria war von Orgs-Schaden eingenommen worden. Angeführt vom Abscheulichsten ihres gesamten Volkes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017